steht direkt an der lampe bist du noch mal entstaubt aber die stand ist gerade noch auf dem boden so das ist der pc das ist der monitor hier ist ein mikroskop und ein ganz anderer scheiß da sind ganz viele daten drauf und hier wie gesagt dieser hdmi monitor den habe ich mir hier so umgepasst so mit mit halterung und all so ein kram ich verstehe doch nicht so wieder fünf mitgliedschaften mal gucken ach guck mal wenn es erwischt hat herzlich willkommen nicole wie geht's denn so bitte lächeln screenshot das team hat gesessen sehr gut sehr gut sehr gut bamm 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 warte ich mal trennen uns krim sicher ist sicher oh wie herrlich wie herrlich ist das denn so komm alle mal 2 ja ich krieg hier schon die wöde herrlich 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 galtchen gipfünfer jetzt hast du einen erwischt jetzt hast du den ersten dass ich dabei erwischt das ist das ist super übrigens das hilft übrigens sogar bei der ganzen klagegeschichte so eine scheiße denn der richter hat ja in der begründung für die 250 euro gesagt gehen sie da nicht hin dann werden sie auch nicht thematisiert steht ja klipp und klein drin ne boah wie geil ist das denn guck mal nicole wie viel wie viel lachschmalt wie viele freunde du hier gefunden hast total super oder ist doch mal herrlich ich glaub die zieht jetzt aus die haut die haut sich erstmal so kümel jäger was da rein einmal mit dem kopf richter und einmal oh herrlich ja bedankt bedankt euch für karschen 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 hat den witz des jahres gerissen sauber sehr alter sehr gut boah wie geil ist das denn das erklimmert einem herrn und meister so der kleine ist auch da marco grüß dich und nicole auch jetzt aber nicht die nicole sondern die andere nicole tschüss der war geil ne guck mal hier kriegst du was geboten ne so ja da gibt's auf jeden Fall ähm ich bin total verarmt und benötige eine mitgliedschaft du musst erstmal 500 euro beweisen dann kriegen wir das hin das ist ja eh mal der pilot alleine wo du wohnst mein freund manuela die schick mir immer für dieses Lungenwort äh alter ich hasse das wie viel von dem scheiß soll ich denn noch kaufen lasst mich doch erstmal hier die zwei dinge hier erstmal weg schnabulieren im moment bin ich ja am japsen ne also boah ich bin ja am röcheln und am spucken hier wie so ein Lama ne aber ich hätte ja gesagt so in 3-4 Wochen geht's los ne boah wie geil ist das denn das ist der Knaller ehrlich Leute das ist das ist der Hammer ja komm da kannst auch hier was schreiben wenn du schon mal da bist ne wie geht's denn so Hamburg alles in Ordnung was macht die Kundschaft gibt's halt Neues hier was weiß ich hier geräuscharme Rollen für Boxspringbetten keine Ahnung ich weiß ja nicht ich hatte ja letztens erst so ne Idee dass man hier so ne Art Bums Containerdorf aufmacht ich hatte da auch sofort an Hamburg gedacht ja aufzumotzen ja ist gut Gott das spricht mit dem Erziehungsberechtigte aufzumotzen Karlchen alter für das Ding hast du recht der hat gesessen ohja ich hab immer drauf gelauert nee ich hab was wir kriegen sie früher oder später kassieren wir sie alle mh Mmh. Mmh.